Hm? Gibt es kein Mädchen, das Alien heißt? Alien? Wir werden dann die Stadt abfackeln. Äh, wirklich? Wir kennen keine Alien. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Idea. Bitte nicht! Willst du als Erster sterben? Soll ich langsam einschreiten? Der will immer nur abwarten. Ich wusste es, Squall. So, und bevor wir jetzt einschreiten... Äh, eben kurz noch einmal, äh... Wir haben noch so viel High Potions. Kann ich ruhig... Oh, passt. Jetzt ist zwar nicht ganz so viel was kalt werden muss, aber es ist wichtig, dass wir hier mal mit vollem Leben reingehen. So. Und wir hören direkt die Kampfmusik. Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, hier sind Seeds. Holt das Eisenkrat. Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine andere Methode. Squall! Los geht's. So, wer darf als erstes angreifen? Renoir... GF... Shiva... Das war so an. Du gehst auf den. So, die Bischof-Pil geschlagen. Feuer! Aber der scheint schon tot zu sein, der Einer. Gut, viel aushalten tun die nicht. Und Shiva dürfte jetzt die anderen zwei auch noch platt machen. Und ich trink mich noch. So, und während der Beschwörung kann ich mir auch was anderes eingießen. Und mit Über-Lacers-Attack. Und das war's schon. Und... Yay. Keine... Dingensmusik. Aber... Level-Up für Squall und fast für Rinoa. Splitter-Munition. Potion gekriegt. 4 AP. Und ich hab was vergessen einzustellen, was mir gerade erst einfällt. Was... Dingens erlernen soll. Egal. Was ist das? Ja, und jetzt sehen wir... Ähm... Okay. Wer erinnert sich an das Vieh? Bosskampf Nummer 2 für heute. Und ja, es ist dieser komische Motor, den wir schon in der Raketen-Bass geplättet haben. So, wir wollen einmal mit dir rauben. Ja, mit dir einmal Analyse, weil ich jetzt nicht mehr Analyse da. Du Zauberblitzerer. So. Einmal schön hier, Analyse, was ist das denn für ein Vieh? Ja. Nachdem sie in der Raketen-Basis stimuliert wurde, ging sie gegen die Kontrolle verloren. Sie kann jeden Moment in die Luft gehen. Yay. Unwirksam Gift. Hat... Knappe 7000 HP jetzt noch. Und schwach gegen Elektro, Erde und Wasser. So. Ja. Dann wollen wir sehen, Blitzraaaaaaah. So. 220. Das ist irgendwie nix zu raubst weiter. Letztes Mal habe ich nämlich was Interessantes von dem GF-Beschwörung. GF-Brothers. Das müsste stärker sein. Angel Sturm. Oh, das war ich schon lang nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das ausgelöst wird. Ich habe keine Ahnung. Du raubst noch weiter. Der hatte was, was ich haben wollte. Was ich auch diesmal klauen möchte. Und der macht gut 400 Schaden. Was ist mein Gott. Und der macht 500 Schaden. Wow. Gewitter-Sturm. Der hat was Besonderes von dem GF-Beschwörung. Das Besonderes von dem GF-Beschwörung. Aber es ist nicht sicher, dass der GF-Beschwörung war. Der hat doch nicht mehr. Du... 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 1000 Schaden Schaltet ist unten Und mit Brüder saß da noch Was kann ich mir viel Schaden machen legen? Hoch mit dir Ja Du hast verloren mein Freund Der Kleine schmeißt den Großen hoch wieder und in die Luft hohen Yay Ich glaube die 600 Schaden lohnt sich nicht wirklich Scheiße Jo Hoch aufs weiter Ich hab mich schon fehl geschah Ja Wann konnte ich... Stopp Äh GF Shiva GF du Und du raubst weiter Yeah Und wieder 5 Mal Schaden für Squall Immer noch nicht Das kann doch nicht wahr sein So Shiva geht inzwischen bei dir auch ruckzuck Das macht jedenfalls knappe 700 Schaden Na ja Ja Aber das macht genügend Schaden Um alles andere auszugleichen So Sooo Attacke Yay Ja 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 Und das war's schon Aber schade Jetzt hab ich das Teil nicht gekriegt vom letzten Mal Naja Nicht ganz so tragisch Ja Ist kaputt Da Und da haben wir unsere schöne Musik Wir haben gewonnen So Keine EXP Rakete Pfff Christus lernt Mikro-Rakete Ey Was lernt ihr eigentlich noch alles? 20 AP GF-Magie plus 20% gemeistert und Du